Heute besuchen wir dieses außergewöhnliche Sushi-Restaurant im Japan-Viertel in Tisseldorf. Und ich muss wirklich sagen, ich habe selten so einen außergewöhnlichen Anblick beim Sushi-Essen gesehen. Vor allem, weil ich selber Anime-Fan bin. Dort hängen auch japanische Laternen, das gibt mir richtige Japan-Vibes. Wir haben uns zum Essen einmal so eine Sushi-Platte bestellt. Sushi, Anime und Japan fehlen ihn ein. Ich kann es euch nur empfehlen.